Hi meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein DIY. Es haben sich ganz viele gewünscht, dass ich mal wieder eins mache. Und ja, ich dachte mir, ich mache etwas, was vielen hier auf der Seele brennt und zwar eine Lampe. Ihr wisst ja, dass wir viele Birnen nur an der Decke haben, nur die Fassung, weil wir nie wirklich schöne Lampen gefunden haben. Und ja, ich habe vor ein paar Monaten allerdings schon mal eine Lampe gesehen im Internet, wo ich dachte, boah, die ist aber sehr, sehr hübsch. Leider fand ich die sehr teuer mit 150 Euro und die gibt es auch noch höherpreisig, natürlich auch etwas günstiger. Aber ich dachte mir, warum machen wir die nicht einfach selber? Kostet unter 20 Euro. Ich habe jetzt, glaube ich, 16 Euro oder 17 Euro bezahlt, inklusive des Versands. Und ja, ich rede hier von dieser wunderschönen Federlampe. Die ist natürlich so groß, dass ich die gar nicht jetzt komplett draufkriege. Ja, dieses große, hübsche, kuschelige Stück. Meine Katzen stehen auch voll drauf. Ich muss die schleunigst an die Decke kriegen. Ja, das dauert wirklich nicht lange. Ich denke, so eine halbe Stunde habe ich gebraucht mit allem drum und dran. Ich habe ja auch noch mitgefilmt, also denke ich, dass ihr vielleicht eine Viertelstunde braucht. Also, falls ihr euch diese hübsche Lampe auch machen wollt, unter 20 Euro, dann bleibt auf jeden Fall dran. Ich gebe euch nur den Tipp, kauft euch fünf Federboirs. Ich habe mir leider nur vier gekauft und musste gerade eben nochmal los, um mir eine zu kaufen. Die hat leider nicht die gleiche Farbe, also nicht das gleiche Weiß. Das fällt jetzt in der Kamera kaum auf. An der Decke auch nicht, weil es oben drauf ist. Aber die sind nur 1,50 Meter lang. Wenn ihr die 1,80 Meter kauft, dann reichen auch vier. Ansonsten empfehle ich euch, kauft euch fünf, falls die übrig bleibt. Karneval kommt. Man kann mit Sicherheit noch irgendwas anderes damit machen. Und ja, ich lege jetzt los mit dem Video. Ich hoffe, euch gefällt es. Und viel Spaß dabei. Und falls ihr es nachmachen wollt, dann verlinkt mich gerne bei Instagram. Und dann schaue ich mir eure Lampen auch an. Also, viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.